Also ich habe Adel gefragt, ob das nicht Sinn macht, dass wir jetzt, wenn du schon hier wirst, also schon gerade ein Aufenthalt hier, jetzt mal ein Morgen, ein Teil, Mittwoch, ein Teil, mal ein Interviewgeschichten machen, ja, kompakt an einem Standort, dann haben wir mit mir und uns da, dann haben wir mit dem Auto voll rein, ruhenkappern, dann hoch. Wir bringen Koffer, alles drumherum dran, Pässe, dann kann man hier essen. Wir haben hier auch einiges erklärt von uns hier, wir haben ein bisschen, hier steigt dann also aus, da steht dann eine, oder hier haben wir eine Tür, da gibt es Treppenrot da, das ist ein bisschen Minosin, das ist ein bisschen Minosin, das ist ein bisschen Minosin. Wir waren auch nicht sicher. Genau, der Herr hier im Debatten ist auch vom Fernsehsender, macht die Veraufnahmen, alles im Morgen in die Debatte getreten. Ja, also wir werden, wir haben irgendwie ein Signal von diesem Anwalt von dem Komp-Verein, dass am 3. September ein wirkliches Spiel stattfinden könnte, bis zum nächsten Mal. Komp-Verein. Untertitelung des ZDF, 2020